99,9 Prozent der Menschen werden an diese Infektion nicht sterben. Mitunter natürlich wegen der exzellenten medizinischen Versorgung, die aufgebaut wurde über Jahrzehnte hier in Österreich und bei uns in Deutschland sogar auch. Das deutsche Gesundheitssystem funktioniert wie das österreichische und hier ist es nicht wahr, dass die Ärzte schlecht sind. Das ist einfach nicht wahr, im Gegenteil. Es gibt hervorragende Ärzte und sie werden die Patienten retten, die gerettet werden können und werden müssen. Und jetzt kommt die Frage, brauchen wir für diese Menschen einen Impfstoff? Und die Frage, wissen Sie, kann man überhaupt einen Impfstoff prüfen auf Effektivität, ob der Impfstoff wirkt? Denn wissen Sie, bevor ein Impfstoff zugelassen werden darf, muss gezeigt werden, dass dieser Impfstoff Leben rettet. Wie wollen Sie das tun? Sie müssten eine Million Menschen nehmen, einmal ohne Impfstoff, einmal mit Impfstoff und schauen, ob diese 0,1 Prozent von einer Million sind, oh Gott, rechnen Sie selbst aus, ob Sie in der geimpften Gruppe weniger Tote haben. Weniger als 0,1 Prozent. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Es geht auch nicht. Und es ist auch viel zu aufwendig, das wird keine Firma machen. Deswegen, wenn man einen Impfstoff braucht, dann nur für die Älteren mit Vorerkrankungen, die wirklich gefährdet sind. Denn da ist die Sterberate wirklich viel, viel höher. Da geht es auf 5 bis 10 Prozent, weil sie einen Herzinfarkt gehabt haben, weil sie gekrebsst haben, etc. Und wenn Sie die anderen impfen wollen, dann bitteschön mit einem Impfstoff, der außerordentlich gut abgesichert ist in Bezug auf Sicherheit und natürlich in Bezug auf Wirksamkeit. Und ich wage zu behaupten, wenn die Impfstoffentwicklung normalerweise mindestens fünf Jahre in Anspruch nimmt, ist es eine Unmöglichkeit, einen Impfstoff für die besonders Gefährdeten in fünf Jahren zu entwickeln. Da braucht man mindestens zehn Jahre. Wenn das getan wäre, dann hätte ich nicht ein Problem. Aber jetzt werde ich Ihnen etwas sagen. Dieser Impfstoff wirkt in erster Linie dadurch, dass Antikörper gebildet werden sollten. In der Vorstellung, dass diese Antikörper die Fanghändchen abgreifen, so dass wir, ich glaube, das haben wir schon mal gehabt, ich glaube, ich habe Ihnen gesagt, dass in dem Moment, in dem die Antikörperantwort zurückgeht, und bei älteren Menschen geht es noch schneller zurück als bei jungen Menschen, dann werden sie trotzdem krank, weil das Virus in der Überzahl ist. Und jetzt etwas, was ich zum ersten Mal hier breit sage, das ist der Grund, weswegen eine Impfung gegen einen Erreger, der über die Luft kommt in hoher Menge, in hoher Anzahl, hoher Dosis, eigentlich nie gewirkt hat. Es gibt keinen Impfstoff gegen so einen Erreger. Alle Impfungen, die funktionieren, funktionieren gegen Agenzien oder Gifte, die über die Blutbahn sich ausbreiten und verbreiten. Weil im Blut haben sie viel mehr Antikörper als auf den Schleimhäuten, auf den Grenzepithelien der Luft. Und deswegen ist es für mich als Infektionsimmunologe völlig klar, dass ein Impfstoff gegen Corona nie, nie entwickelt werden wird, erfolgreich. Das ist ein Projekt, das zum Scheitern verurteilt wird und von vornherein eigentlich scheitern musste. Es war also auf Englisch a bad bet. Zu denken, man kann eine Agenda so treiben, um einen Impfstoff zu entwickeln. Die Wette war eine schlechte Wette. Die Wette war eine schlechte Wette.